Spürst du die Kraft in dir, die dich weiter treibt durch diese fremde Welt? Du musst dein Bestes geben, also sei bereit, doch du hast jemand, der zu dir hält. Wir werden Sieger sein, wir haben's drauf, wir gehen durch die Kunden. Wir geben nie auf, wir werden stark und bleiben Freunde bis ans Ende dieser Welt. Du weißt genau, die Reise muss weitergehen, gib nicht auf, es wird noch viel geschehen. Und jeder Wunsch wird in Erfüllung gehen. Lauf nicht weg, denn wir kämpfen für den Sieg. Gib nicht auf, wenn dir etwas daran liegt. Und du wirst sehen, es wird geschehen, wir werden siegen. Glaub daran. Oh Oh Oh